Es ist 19 Uhr, herzlich willkommen bei Sternag heute am Freitag. Eine unerwartete Geburtstagsfeier gab es gestern Abend für Ex-Landeshauptfrau Waltraud Klassnick. Ihr steirischer Freundeskreis hatte zu einer Benefizveranstaltung zugunsten des österreichischen Hospizdachverbandes, dessen Präsidentin Klassnick ist, in den Grazer Minoritensaal geladen. Nach den Auftritten zahlreicher Künstler wie etwa Star-Trompeter Toni Mayer überraschte der Freundeskreis Klassnick mit einer vorgezogenen Geburtstagsfeier zum 70er. Klassnick selbst, die erst am 27. Oktober 70 wird, wollte ihren Geburtstag eigentlich nur im kleinsten Kreis feiern, war von der Überraschung aber sichtlich gerührt.